Ich brauche keine Hilfe. Ich schaffe das alleine. Das habe ich auch schon von vielen, vielen, vielen Trauernden gehört und ich verstehe das in dem Moment auch, wenn Menschen, die in eine tiefe Trauer fallen oder gefallen sind und man möchte Hilfe anbieten, da ist so ein gewissen, man möchte es nicht preisgeben, dass man Schmerzen erlebt. Man will nicht preisgeben, dass man eine Schwäche hat. Also Menschen, die im ganzen Leben, also im prinzipiellen Leben auch Probleme haben, Dinge zuzugeben über sich selbst, sind meistens die Menschen, die genau das von sich geben, ich brauche keine Hilfe, ich kriege das auch alleine hin. Am Ende werden diese Menschen aber feststellen, ohne Hilfe geht es leider nicht. Man braucht in der Trauer, es ist leider so, man braucht in der Trauer immer jemanden an der Hand, der einem Impulse vermittelt, wie es weitergehen kann. Nur dann kann man so weit kommen, um einen Verlust zu meistern. Also kann man so weit kommen, um einen Verlust zu sehen, aber wir gehen. Vielen Dank.